Was passiert hier? So, wir spielen jetzt Dreadhalls. Ich habe wieder Unterstützung von meiner lieben Schwester. Und hier steht schon wie alles funktioniert. Okay, alles klar. Oh Gott, ich bin echt nicht bereit. Ich weiß was für ein Spiel das ist. Sieht aus wie das letzte. Es ist noch schlimmer. Oh, Natter. Ich kann nicht pack das nicht. Das ist übel. Hast du schon mal gespielt? Nee, aber ich habe es schon mal gesehen. Oh Gott, das ist das Spiel. Was ist das für ein Geräusch? Ich weiß nicht, aber ich habe gar keinen Bock drauf. Das ist echtes Spiel. Ich habe genug Groschen eingesammelt. Muss mal gucken wo meine Tastatur ist. So. Look at you all. Was soll ich damit machen? Was soll ich damit verwenden? Dann die nächste Button. Mama. Es ist so dunkel. Wieso kann ich das nicht anmachen? Du hast keine Taschenlampe. Nee. Ich will mich nicht umdrehen. Da bin ich. Da bin ich. Findest du das amüsant? Nein, erst wenn irgendwas passiert. Ich finde es nicht amüsant. Oh Gott, diese ganzen Drecksverwinkelungen hier. Was ist das Ziel? Weiß ich nicht. Raus zu kommen bestimmt. Hallo? Oh, eine Statue. Das ist mir ganz komisch, wenn ich die angucke. Du Penner. Du Penner. Hat ich dich jetzt bewegt? Ja. Du Penner. Was passiert hier? Ja. Ja. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Was ist das los? Oh Gott. Ja. Oh schon viel besser jetzt. Ich pack das Scheißspiel nicht, echt nicht. Mein Herz tut schon weh. Aber ich konnte nicht mehr rennen. Kannst du irgendwie schlagen unterdrück? Nee. Ja wie, nee? Du kannst nur rumlaufen. Ja. Ja. Ich kann nicht rennen, ich kann nicht rennen, ich kann nicht rennen, ich kann nicht rennen. Ich kann nicht rennen. Hilf mich, ich kann nicht rennen. Ich werde mich da gar nicht hinterlegen. Oh Gott. Nein. Nein. Ich hab Angst. Scheiße Suckers. Bleib jetzt hier. Da bin ich schon lang gelaufen. Ja. Der Bucolus ist zu groß für meinen kleinen Gnu-Kopf. Hinten ist Licht. Mhm. Vor allem der rennt nicht mehr, wenn die da ist. Ja, aber das ist so eine Schockstarre. War das jetzt wieder das Zombie-Fiel oder was? Ich glaube ja. Hallo? Oh, verpisst euch. Verpisst euch. Ich sag's euch. Ich bin ein Penner. Ich bin auch die dumme Sau irgendwo, gell? Da steht ja noch drin, oder? Nein. Geh da mal rein. Nein, das war die Lampe. Nichts Besonderes. Haltet bloß euer Maul. Oh. Oh. Diese Drecksgeräusche. Das ist echt übel. Wie lange soll ich geradeaus, oder? Geradeaus und dann mal rechts. Da war ich schon geradeaus und rechts. Ja, dann nicht. Ach doch, stimmt, du hast recht. Hier war ich noch nicht. Und jetzt? Gehen wir da links lang? Ja. Oh ne, schon wieder so eine Drecksstatue. Und Money. Kann ich irgendwie nicht nehmen, doch jetzt. Oh, du scheiß Statue, ey. Es wird ruhig, wenn sie weg werden. Bitt dir was im Regal? Ich weiß nicht. Trau dir nicht. Ah ja, sehr gut. Da ist noch eine Flasche. Oder kannst du die nicht nehmen, wie auch nicht? Naja, doch. Oh, was war das? Was war das? Was war das? Oh mein Gott. Da hinten war es so. Hast du es nicht gesehen? Nein. Da! Was ist denn das? Ich weiß es nicht. Lauf mal ganz schnell hinterher. Wo ist es hin? Da ist es. Das hinterlässt ja was. Gestank oder Staub? Boah, aber sieh dich. Ab weiter. Ja, ich kann nicht rennen. Ich kann nicht rennen! Ich kann. Ich kann nicht rennen! Ich kann nicht rennen! Ich kann nicht rennen! Mach die Scheiß-Tier auf! Mach die Scheiß-Tier auf! Mach die fucking Tier auf! 錯! Oh nein, ich hab wieder so ne Dreckstatue! Sieht aber immer anders aus, die Statue. Ne, sieht doch genauso aus. Ich sag dir dieses blöde Arschbauch. Oh, da steht die, guck mal! Scheiße! Scheiße! Da! Verpiss dich mit dir! Verpiss dich! Ich guck mal! Ja, dann nimm mal rein! Wie kannst du dich also aufgeben? Das ist keine Lösung. Ich hasse das Spiel. Ich hasse das Spiel. Komm doch einmal, okay? Ja. Das generiert sich immer neu. Vor allem, warum rennt der nicht? Der rennt nicht mehr, wenn er die sieht. Ja, vor Panik. Ich hasse es nicht unzudrehen in dem Scheißspiel. Ich spüre, dass das große Teil... Oh Gott, ja! Ja! Jetzt lauf ihm mal wieder hinterher. Oh! Gibt's ja auch noch andere Gefährten, außer das große Teil, die Zombie-Frau und die Statue? Ich weiß, ich will es gar nicht wissen. Der wacht mit los. Guck mal, da läuft's ja. Ja, das Arschloch. Ich will das Öl. Gib mir das Öl. Oh! Was ist denn jetzt passiert? Ich hab Licht gemacht. Und warum? Weil ich das Öl hatte. Vielleicht kannst du das jetzt mal machen, wenn die Zombie kommt. Wenn die Tussi kommt, wahrscheinlich, ja. Weißt du, wie es geht und was? Ja, aber ich möchte das aufheben hier. Und dann fahren wir mit dem Autos an. Und woher hat er die ganze Schlüssel? Gute Frage. Was läuft hier schon wieder rum? Du? Ne, ich hab doch Schritte. Ich hab doch Licht angemacht, oder nicht? Okay. Dann halt nicht. Wir wissen, was da drin ist. Ich glaub, ich kann die nicht aufmachen. Ist da aber wo der Ausgang markiert? Mhm. Herzlichen Glückwunsch. Hier kam vorhin die Tussi, deswegen geh ich immer raus. Was für ganzen Scheiß-Geräusche, hell. Oh Gott. Da, guck, da ist das große Tier vor dir. Wahrscheinlich, weil die Spur wieder da zu sehen ist. Sag doch sowas nicht. Oder? Sieht's nur so aus. Sieht bitte nur so aus. Was? Diese verkackten Verwinkelungen. Ich höre er sonst auch. Oh ne, nicht schon wieder du. Okay, ganz schnell, 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 schnell. Mach die Tür auf, mach die Tür auf, mach die Tür auf, mach die Tür auf, mach die Tür auf. Oh. Was war denn das hier? Siehst du das? Ja, ist glaub ich einfach ne offene Tür, oder? Wo schon Tür auf was raus scheint oben. Ich trau dem, was nicht. Steht da jemand rechts? Sag doch nicht sowas. Was ist denn da, was da leuchtet da oben? Ne Lampe? Ne Leiter. Ach. Geschafft oder was? Ach. Jaaaa. Deswegen aber schnell jetzt. Oh, zum Glück, Mann. Ich hab das Spiel nämlich schon mal gesehen und eigentlich kannst du diese ganzen Flaschen, die ich da eingesammelt hab, einsammeln. Und ich hab sie zum Glück geschafft. Juhu. Und ich möcht's nie wieder spielen. Jetzt kommt das nächste Spiel. Es geht ganz schnell. Es tut auch nicht gut. Ja, du hast nur 15 Minuten. Okay, gut. Ich mein, ich weiß, du unterstützt mich nur noch 15 Minuten. Danach hat sie keine Zeit mehr für mich und dann muss ich's allein machen. Das war Dreadhalls. Ein ultimatives Oculus Horror Rift Game mit der Oculus Rift ist das einfach der absolute Wahnsinn. Ich kann's jedem empfehlen. Unter dem Video findet ihr wieder den Download-Link. Natürlich kostenlos. Das Spiel ist auch kostenlos. Ist auch nicht nur für das Develop Kit 2 verfügbar, sondern auch für die älteren Oculus Versionen. Die Kamera war manchmal etwas unscharf. Das Problem ist jetzt aber auch behoben. Das lag daran, dass der Raum zu dunkel war und ich zu nah an der Kamera war. Was ich ja wegen der Oculus Rift nicht sehen konnte. Aber das Spiel kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Vor allem eben mit der Oculus Rift. Auch für alle Herzblut-Gamer da draußen. Wer die Chance hat, mal mit einer Oculus zu spielen, spielt es. Der Nachteil ist an einer Oculus, dass manchen Leuten etwas schlecht wird. Mir wurde sehr übel nach dem Spiel. Ich musste erst mal zwei Stunden pausieren. Aber das Problem hat sich jetzt auch gelöst. Zum Glück. Dann sage ich wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich wie immer sehr, sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr ein Teil der Gnuherde werden wollt, was mich natürlich noch mehr freuen würde, dann könnt ihr mich kostenlos abonnieren. Ich hoffe euch hat mein Gameplay gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Oculus Horror. Bis bald!